jo und damit herzlich willkommen zurück zu folge 4 von skyblock hier wieder mit apfelbursche und meister mo jo hallo jo servus und ich habe jetzt gerade eben leider den sand hier untergeworfen und deswegen kaufe ich mal geschwind was neues du wolltest aber den kaufen lava kostet auch 500 auch oder ja okay ich glaube ich kann beides kaufen ich habe fast 1000 was was so nix gekauft können sein doch vorher 4 ok er ist ein bisschen mehr zu sporen um eine belohnung ab ach und Entschuldigung ich bin grad Prozent hat kein technisches Problem wenn ich gerade am Anfang bei mir nur Standbild gesehen hat ich hatte nämlich was schon es ist technische Probleme treten nur wo kann man es nicht stimmt eben nichts ist perfekt die Lohre auswählen die Hälfte jetzt ist ja kraft erweilten ich weiß doch wenn man sich natürlich hat mich und die ich in Marke ja was ich hier gemacht habe sie eigentlich nur diesen aufzugweilen Park ja denn was auch so gut als das erstes Geld Entschuldigung ich muss sich in der Boxen ich habe nämlich hier es ist nun fertig aber er hat jemand von 500 Euro die Prozent wird vielleicht Eier kaufen dann hätten wir vielleicht schon mal Hühnchen dann kaufe ich erst mal keinen Sand oder er kommt ja erst in Lava einmal bitte ja oder Lava einmal was kostet Lava immer vielleicht kann ich auch kommen 500 ja okay ja warte ich brauche noch schnell zu Ende ja klar lasse Zeit oder bist du noch im Shop ja aber jetzt bin ich wieder da ach so haben wir müssten uns das echt mal rauskriegen mit dem um mit dem mit Auktion da stimmt weil da gibt es günstige Sachen ein will es ist doch diese Ambos oder der Mopfall ist irgendwie schon was feines wir haben sie fertig ist hat sich auch leckts jetzt entgelegt bei mir nicht ich habe kein Block gesetzt und von daher ja hallo was bei einer weise schulden und wieder mit dem meister jetzt muss ich mir auch kurz entschuldigen bei mir gab es auch gerade einen kleinen fehler ich habe im hintergrund außerdem eine alte folge von uns abgespielt und es hat mir jetzt leider in der aufnahme wahrscheinlich kurz aber ist nicht so schlimm okay ja es war nur ganz leise ich weiß nicht ob es aufgenommen hat okay ich schaue mal 1000 habe dann kann ich es kaufen ich habe 888 ja fast 1000 kann ich dir Geld geben wollte ich schaue mal das geht ja es sind ja fast ja aber es wäre ich glaube ich wichtiger wenn wir den da war immer zuerst kommen wenn ich jetzt weiß wurde ist gern ist er da beim wasser einmal gewesen ich komme davon ja mal was ein schöner name und dieser schöne skin hohe und dann haben das war hier Slime Lava Back okay ich habe dann kaufe ich als nächstes dann die Eier ja cool wer braucht Lava einmal ich tue in die Kiste ich okay ich brauche wieder bis in Koppelstone hat da irgendwer was es ist um Koppelstone habe ich gerade gar nicht so als es ist normalerweise richtig wir wollen gut ich kann kommen zu machen okay ich mache selber erwarte könntest du die Kiste mit dem Ofen ein bisschen umbauen ja mache ich wenn du mir drei Koppelstone gibt Kühnach all dann mache ich nämlich dass wir zwei machen zwei also parallel ja ja klar weil ich habe muss ich mich jetzt schon entschuldigen vorhin als ich Koppelstone fahren wollte hatte vorhin ja auch der Apfelbursche versucht also hat unten drunter das dort abgebaut und währenddessen hatte ich oben eine unendliche Wasserquelle und hatte das dann falsch hingesetzt das Wasser in der Gads Obsidian naja aber jetzt kann man wenigstens einfach stehen bleiben und abbauen weil es war Anfängerfehler ja so kann man sehen ich brauche es hat nur noch ein bisschen Stein vielleicht also Stein kann ich dir leider nicht ich habe ein bisschen was okay so warte mal warte mal ja ja wo es jetzt sicher wissen wir die ganzen Kisten hin wo er und so das jetzt in der Kurs ja bei der Augen sind die Kisten diese den Foto okay gut man kann jetzt wird die zweite ab um die Kuhl-Sache auf jeden Fall das ist ja ich bräuchte jetzt etwas mehr Koppelstunden auf nein meine Werkbank ist weg ich hab sie ich habe Klänge neu gemacht ja auch da hat ein Zeichen Köln hat er die Axt von euch zufällig Nürnberg 2 PX Lukas hast du die Axt zufällig um jaja aus der Nähe Axt doch ich werfe raus ich baue gleich ein bisschen Stein mit ab warte jetzt habe ich eine Werkbank wieso das denn? ich habe hier einfach nur eine zweite erstmal hin ja ja auch wenn es jetzt etwas langweilig wird aber wenn ich den Stack zusammenhabe ist es ja gleich passiert dann sollte ich eigentlich fertig bin ach ein Schild muss ich mitnehmen, dass ich die Schilder vergesse wieso ähm weil in der Mitte fließt uns das Wasser runter ein Schilder sogar verstandenen Flint ne 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 okay ich habe hier noch acht Fackeln und soll ich dir am besten hin tun ist das ich brauche schon ich auch nicht ich auch nicht noch eine bei der Zombie Falle hin ja aber halt, ja, genau da es gibt nur Birken und die normalen Bäume es gibt nur muss in die Schilder die Gruppen tot abhol kann man sagen Prozent die Fähne der Kiste glaube ich oder mit dem Weg ist es nichts zu tun mehr haben wir können ich bin nicht ich glaube ich auch verloren mit runtergefallen man sollte er gut dann nämlich hier einst nicht ein paar neue ne warte ich kann nicht den Trick anwenden in ich habe schon sechs neue Mann ich habe schon sechs neue Junge wie Falle und ich glaube er aber ja okay Blatt sind kann man natürlich er schießt auf mich die Lippen Skelett kann es jemand töten ja ich versuch das ist er hat immer viel Leben ich bin da verstecken nein ich hab mich zum Skelett du bist okay er hat gegründet einfach knallhart ich bin mit dem Schwert aufs Zugehören und dann was tut ich habe mir einfach eine Axt genommen und damit aber ja ich hatte ihn immer viel Leben ich hab schon oben runder geboxt jetzt hoffe ich dass du es reicht wiederbeleben aber ein Schwert zu werden ich könnte mir meinen Verdienst abholen gute Idee du lächst du auch mal wie viel du jetzt verdient so zu sagen dass wir vielleicht die Eier kaufen können mh nur ganz kurz ich muss einmal kurz runterspringen weil ich bin so gut wie am Ende ja ja hab ich auch gemacht zwei Hungerbalken knapp okay ich mache jetzt mal was produktives und okay auch ein bisschen stein ich mache jetzt mal ein Schwert am besten ja ein Holzschwert mach ich hab schon schwer in die Kiste gelegt gut ja zum privaten ja muss man jetzt alles so ach so verdienst wollte ich ab und richtig ja auch richtig kann ich dann auch gleich mal dann muss mich eh immer aus die Welt schmeißen nee ich hab erst 420 oh ich sag mal frühestens in der nächsten Folge dann oder so hab ich 500 wahrscheinlich ja wenn ich dazwischen noch ein bisschen was abbaue dann geht das schon man kann nicht verkaufen oder doch dabei mit also Koppelstern glaube ich nicht Eier kann man glaube ich verkaufen ja gut aber ja nicht ja wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit dass aus zehn Eiern zwei Hühner rauskommen niedrig oder und wenn unbedingt irgendwo eine unendliche Wasserquelle er brauche ich nur einen weil das liegt er auf der alle zehn Minuten ein Ei glaube ich echt wieviel bekommt man pro Ei wenn man es verkauft keine Ahnung äh ich glaub nicht viel zehn höchstens glaube ich naja wie kommt man nochmal hier nach unten ja da einfach runter irgendwo aber ich baue mal so eine kleine Hütte habe ich mir grad gedacht irgendwie ne bricht man nicht hat er noch eine Axt übrig nicht oder ne äh wie viel Holsten wir er viel oder wenig warte ich kann mal kurz Holz machen er gibt mir das ein bisschen oder legt sie einfach rein ja warte er sofort 64 64 zweimal okay losleg rein mein Bruder okay cool das ist schon ein bisschen ich sollte es mal ein bisschen was das war knapp etwas 32 Prozent Knöpfe gemacht auch okay passt genau grob sortiert mal kurz kein Koppelstorn abbauen okay in der Schrift das sagt dann wird das gemacht ja ja okay was machst du den Zaun siehst du gleich okay ich schau mal zu hab grad nichts zu tun so erzählt mir unendliche Wasserquelle und ja perfekt da war irgendwo ein Endermann echt schon wieder mhm wahrscheinlich ist der Ohr mhm mhm es kann ich noch gar nicht gelungen ja das sieht aber ich haben Knochen er machte draußen Knochenmänner die Fahnen geht geht zum Befall das ist ja genau ich muss noch zu bauen was wollte ich denn jetzt ist jedoch ganz schön aus denke ich ja schon so eine kleine Unternehmenshütte ganz einfach nicht schnittes Ding eine vielleicht auch bis zum Wald ab naa in den Zeichen um Euro ein solches Ding fast umgebrochen Bitschers ausrufezeichen rommel halte ja ich würde sagen das war es dann auch schon mit der vierten folge ja ja alles klar dann sehen wir uns wieder in der nächsten ja genau ja bis dahin ok bis dahin ciao